Was haben sie schon in den Arsch gepickt? Mach's aber weiter! Alter du brauchst mir zu lang für den Scheiße in der Auf... So sind wir quatscht. Aber leider habe ich ihn nicht gekillt bekommen, sondern angehetschottet. Hast Daddy? Nein, irgendeinem Spürung gegenüber, der die ganze Zeit auf unser Fenster schießt. Ich habe einfach so ein paar Inseln in der Schüssel rüber geschossen und einer davon war ein Astreiner Hetschott. Mit Maschinen-Gelerator. Schau mal, mit einem Maschinen-Gelerator habe ich den hier gemacht und habe dann einen einfach voll Hetschott gegeben. Jetzt müssen wir gleich pushen. Nee, hier müssen wir nicht pushen. Die kommen ganz von alleine. Ja, wirklich ein bisschen gut. So, egal, wir... Alter, wir... Wissen der? Hast du Munition? Ich hab keine Munition. Oh, weh! Oh, weh! Und Bernie rennt vorne. Ja, ja, Bernie, ne? Oh, weh! Oh, weh! Oh, weh! Oh, weh! Werden Orif gerufen? Bernie! Bernie! Bernie und so... Ah! Der Soldat hat mich jetzt angeschrieben. Er schaut unsere Videos. Ihr müsst... Ja, cool! Und ich begrüße in unserem heutigen Video. Ja, eben. Wollte ich auch gerade sagen. Wie ist Soldat noch? 1, 2, 4... 4, 7, 1, 1. Hallo Soldat, 7, 4, 1, 1. Jo, 4, 7, 1, 1. Schön, dass du unsere Videos schaust. Freut uns sehr. Warum hast du mir keine Freundschaftsansfrage geschickt? Da bin ich jetzt sehr beleidigt. Weil du scheiße bist. Hol mal an, Sandi und Lava war kein Bullshit. Wir verlieren A. Ey, wie viele A, Alter. Was ist das? Wenn man mal ein Bullshit ist. Wenn du sollst das stimmten, dann war, hab ich gesagt. Was hast du gesagt? Ja, ich hab gesagt. Ah, das ist der Soldat hier. Dacht. Lade ich mal ein, dann hab ich gehört. Dann. Der Stand hier rum. Dann du die Bruder aus der Stelle verlegen für dich. G'n' wir mal. G'n' wir mal. G'n' wir mal. Spiel vorbei. Und so Lade 4, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 2, 2. ich meine videos ist also gst was ist ein gst keine ahnung ich weiß warum die sich zurückgezogen haben weil die waren dass sie in die anbildung ans wort ich ja weg was haben sie gesnackt ich hoffe die dem alles gesnackt diesen so ist die im arsch man es genau ab jetzt ist so dark schreiben ja wir haben die ich bin ja für wo kommt man damit sofort ein platz in gruppen art schnähe sagt da ist auch eine art spitter soll als 4 7 1 auch krieg dass man geschütztes knie woher gehen wir denn jetzt ja wie geht es zu tier leute alter und mein zander immer eben danke gesagt ich habe ins knie geschossen das schluss ins knie wenn es halt mal erster rüber ist halt mal ja sagt mal er hat er was sagt man was soll ich erst mal sagt man immer wieder hat mein sonder back-mein fand er hat die er ist über das ja oder soll ich ich sag jetzt jetzt hat er macht das sollte machte schon wenn die originale erhältlich ist original von werden eingespielt und es verbracht wurde nicht der ist der Fall dafür nur ist noch ein Jahr ist er überall aufs andere durchstehen und rechts und hinten und auch gezeichnet links rechts hinten auch und vorne und vorne er noch wurde sie kann aber auch steigen ja ich hab mir gut geschafft hätte ich habe die Dinge auf die Befalle gefeiert ich habe eher links vorbei recht vor allem wer fällt ein Mensch es macht geschehen mit von den Lappen dort ist mir egal die neue Wände die Verbotten nachher der und ein paar Jahre als er wir die Läge werden machen dann er so was genau so was er so war und auch ja man natürlich mir einfach keine Ahnung ja wo es so wie die Wettbewerbs anhalten ja es ist sehr cool ist es nicht in den Arsch auch die Warnus ficken die schon in den Arsch die Warnus haben sie schon in den Arsch gepickt mach es aber weiter also du brauchst mir zu lange für den Scheiß in der Aufnahme wollen die Leute keine Warnus ficken uns nicht die Warnus ficken die der Wanner nein das ist auch sehr selten also gerade eben wie ich noch auf der Karte war haben sie uns ein Bestes genommen ja nee wir haben das schon verteidigt ein Mindermesser verteidigt aber das war wir haben das Spiel kommt Mensch hab's schnell ja dann können wir nicht mehr ja ich bin immerhin geschützt zu lassen ja aber der andere hätte am Arsch kriegst du nicht ich schieße lieber das ganze Magazin rein ich bin wieder oben und jetzt brennen wir ja ja wir sterben noch sterben wir nicht jetzt sterben wir aber ich habe überlebt weil ich nicht gestorben bin was zur Hölle hat uns eigentlich abgeschossen war das die Galaxy da oben die Fox Galaxy beim scheiß Warnus ja glaub schon aber wahrscheinlich wie immer aber weil ja weil die Warnung auch da ist aber schau mal das ist Bernie ja das ist Bernie bernus 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 ja quinn mag ich auch wer's könnte ich noch okay so ich bin dafür ich mache ein bisschen auf Stalker spielen wenn die sie nicht ich bin nicht ich bin nicht aufstehen nein oder immer eine Grenade davon auch richtig miesen Stalker weggeschossen und ich mich auch gedacht wie habe ich den gesehen ja einmal bitte danke 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 naja das war die oder 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 ist alle wieder beliebt worden außer geiler Scheiß ausmeldet den Max habe ich erst mal ein bisschen im Arsch mit dem Arsch mit dem Arsch mit dem Arsch Alter ich bin fast down erstmal hier erstmal Raketenwerfer raus spämen ne raus das wird nix das wird nix das wird nix die Rostnäder gelegt wenn man sagt sie dann ist und raus ne Herr Falsch gesagt geht rein wow fuck voll daneben geballert danke naja no problem von hinten wie von hinten 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 was sollen die ganze Zeit von hinten reinzukommen das ist das Problem ja wo ist Saukine Saukine beim Bombe nein hat er mich scheiße ist zu langsam oh danke Markus cool nade oder naja was war keine nade war keine nade hallo ok er er hat ihn gekriegt er hat den Max von hinten ja wir wissen wir können ja wo wir so beschäftigt Max down ich hab keine Ding mehr ich brauch Munition Mike Schack hat geregelt ich brauch Munition ich brauch Munition oh my god ich bin dort hab ich jetzt Munition gefunden Inni Elite Inni das ist auch schon so ein Low Outfit ich bin mit ihm stark das aber was wir sind stark aber es ist alles gelacht durchschnittliche diese drei Leute das mit drei Dutzend vielleicht ist so vielleicht wird bei Dutzenden das Team ein ja ein bisschen mehr sind aber das ist ja auch ein Wunder jaja ich habe die Kälte danke ich hatte die ist ja vorbeigelaufen der Werke oh mein Gott mein Gott Sani 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 ihr habt die sehen mich auch wenn ich auf Stalker spielen mache ja Markus wenn ich in den Raum rein bewegen vor dem Haus dann schießt mich einer von hinten weg draußen links ist gut oh das ist ein Gerät da werdet ihr niemals zum Abgrund kommen wie behindert seid ihr eigentlich er keine Ahnung oder der Futur warum ich bin ich grob nein der Stern hat zu werden ja und der Stern hat gesagt auf den Wegpunkt die alle in einem hier kämpfen seit dem einen nur am besten ich bin der Wegpunkt aber ich bin draußen am ich will zum Wegpunkt aber ich bin tot also brauche ich Sani 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 brauchen wir auch nicht mehr pushen weil jetzt sei es zu spät jetzt haben sie schon davon Sani uns zurück geschlagen ja weil wir Leute verloren haben ja weil wir ziemlich alle Leute verloren haben komm Markus wir machen das jetzt weil alle versucht haben auch mit von um zu pushen wir haben auch auch wir haben mich gespottet die achten oh neue Dinger hier da war eine Klärung habe ich auch gekriegt aber wollte auch noch mal 3 da kommt 3 ja aber wenn ich unser Trupp blieb mal was wir können auch und zu meinen Spawn-Beacon setzen ja klar der ist unsichtbar wenn das direkt verstärkt wird ja der hat nicht mehr das Leben sieht doch nicht einmal nicht mehr genau wir haben noch einen Sander also beschwert ich mich also das steht so weit weg der ist total behindert ja wow beim Spawn-Beacon kannst du einmal in der Minute spawnen das heißt du spawnst einmal und dann verwechselst du in der Zeit eh viermal bis das nächste Mal wieder draus spawnen kannst aber jetzt wird Great Oktober hat die Station eben erobert das ist halt eine dreiviertel Stunde wir spielen ja schon so weit ja stimmt wir spielen schon eine dreiviertel Stunde noch 20 Minuten nur 2 2 1 2 2 3